In diesem Tutorial werden wir uns ein paar interessantere Aufgaben zu der H-Methode anschauen. Von vornherein eine kleine Warnung, und zwar ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass die Grundlagen der H-Methode bereits bekannt sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den i-Punkt oder am Ende dieses Videos im Abspann, findet ihr auch für die Grundlagen im passenden Tutorial. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle. Dieses Video beinhaltet vier Beispielaufgaben. Unter dem Video in der Beschreibung findet ihr eine Zeitlinie oder eine sogenannte Timeline, mit der ihr gezielt zu jeder dieser Beispielaufgaben springen könnt. Damit erspart ihr euch nerviges Scrollen. Und hier ist unsere erste Aufgabe. Bestimme die Ableitung der Funktion f an der Stelle x0 gleich minus 1, näherungsweise mit Hilfe des Differenzquatienten, für h gegen 0. Die Funktion f ist natürlich links gegeben. Zur Erinnerung, dieser Differenzquatient sieht wie folgt aus, für rechts abgebildet. Und diese Formel werden wir natürlich auch benutzen. Deshalb, für den Anfang, werden wir erstmal die einzelnen Bestandteile dieser Formel aufstellen. Ich fange mit den leichteren Teilen an, und zwar mit f von x0. x0 ist oben in der Aufgabenstellung gegeben. Das ist minus 1. Deshalb können wir für x dann die minus 1 einsetzen. Wir haben dann f von minus 1 ist gleich 4 mal minus 1 hoch 2, minus 2. Zusammengefasst ergibt das natürlich 2. Als nächstes brauchen wir f von x0 plus h. Vergiss nicht, x0 ist minus 1. Das bedeutet, wir haben dann f von minus 1 plus h. Und an dieser Stelle müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr diesen Term bildet, ersetzt ihr praktisch dieses x oben in den Funktionsterm mit einer Klammer mit minus 1 plus h. Entsprechend haben wir dann 4 mal Klammer auf, minus 1 plus h ins Quadrat. Und am Ende natürlich noch die minus 2. Wir könnten an dieser Stelle gleich in die Formel einsetzen. Allerdings bevorzuge ich jetzt, den Term hier noch ein bisschen aufzulösen, so weit wie möglich zusammenzufassen. Das erleichtert dann später unser Leben. Also, lösen wir erstmal die Klammer auf. Eine Möglichkeit, diese Klammer aufzulösen, ist natürlich mit Hilfe einer passenden binomischen Formel. Die habe ich noch zur Erinnerung hier rechts eingeblendet. Wenn euch die binomischen Formeln nicht so sehr gefallen oder ihr sie gerade nicht mehr auswendig kennt, könnt ihr natürlich das Ganze auch umgehen, indem ihr die Klammer zweimal nebeneinander schreibt und dann die zwei Klammern ausmultipliziert. Also das ist auch eine erlaubte Taktik. Ich werde jetzt trotzdem die binomische Formel benutzen, weil es ist ein bisschen kürzer. Also, wir lösen erstmal nur die Quadratklammer auf. Das bedeutet, ich behalte noch eine Klammer bei, die 4 vorne. Dann habe ich halt minus 1 hoch 2, das ergibt natürlich 1. Dann kommt minus 2 mal 1 mal h, das sind minus 2h. und plus h² und am Ende noch die minus 2. Im nächsten Schritt lösen wir die Klammer auf. Das bedeutet, die 4 wird mit jedem einzelnen Termin der Klammer durchmultipliziert. Also haben wir hier entsprechend 4 mal 1 sind 4. 4 mal minus 2h sind minus 8h und plus 4h² und auch die minus 2. Und das Einzige, was wir jetzt an dieser Stelle noch machen können, ist die 4 und die minus 2 zusammenzufassen. Entsprechend haben wir dann 2 minus 8h und plus 4h². So, jetzt können wir diese Sachen in dieser Formel einsetzen. Also, ich fange natürlich mit f von x0 plus h. Dafür haben wir jetzt 2 minus 8h plus 4h². Rausbekommen, dann kommt minus f von x0. Bei uns war f von x0 2, deshalb noch minus 2. Und das Ganze natürlich geteilt durch h. Wenn ihr diesen Term ein bisschen näher anschaut, dann solltet ihr erkennen, dass sich die 2er gegenseitig aufheben. Also, 2 und minus 2 verschwindet. Und um den Term zu vereinfachen, können wir natürlich oben im Zähler jetzt h ausklammern. Also, aus beiden Termen wird dieses h ausgeklammert. Dann bleibt bei dem ersten Term nur die minus 8 übrig und bei dem hinteren Term noch einmal 4h. Das Ganze geteilt durch h. Der Vorteil ist, man darf oder man kann jetzt kürzen. h ist weg. Unser Ergebnis lautet dann minus 8 plus 4h. Am Ende müssen wir uns noch um diese Sache hier kümmern. Und zwar, wir müssen h gegen 0 laufen lassen. Das heißt für uns, wir könnten das Ganze auch so schreiben. Für h gegen 0 gilt, Minus 8 plus 4h geht gegen. Das bedeutet jetzt, wir setzen für h 0 ein. Und entsprechend bleibt dann nur noch die minus 8 übrig. Alternativ können wir jetzt dieses Ergebnis auch so hinschreiben. Es ist meistens notwendig. Diese Schreibweise bedeutet, die Ableitung an der Stelle minus 1 ist minus 8. Alternativ gibt es noch eine andere Schreibweise für die Auswertung am Ende. Für den Fall, dass ihr es gelernt habt, hier nochmal mit Limes abgebildet. Nimm bitte an dieser Stelle das, was ihr in Unterricht benutzt habt. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Die Aufgabenstellung ist identisch mit der ersten Aufgabe. Lediglich die Stelle ändert sich. x 0 ist jetzt 1. Und wir haben natürlich ein neuer Funktionsterm. Und ja, der Schwierigkeitsgrade Aufgaben steigert sich die ganze Zeit. Also, zur Erinnerung. Unser Differenz und Quotient wieder rechts abgebildet. Wir fangen erneut mit f von x 0. In diesem Fall heißt das für uns, f von 1 ausrechnen, ist gleich 2 mal 1 auf 3, sind natürlich 2. Als nächstes f von x 0 plus h, heißt übersetzt f von 1 plus h. Und wir setzen jetzt das x oben in der Gleichung mit einer Klammer mit 1 plus h. Und ihr kennt wahrscheinlich auch, wo das Problem liegt. Wir müssen jetzt diese Klammer mit der hoch 3 auflösen. Es gibt tatsächlich auch eine direkte Formel, die man sich aus dem sogenannten paskalischen Dreieck herleiten kann. Die werde ich jetzt nicht benutzen, weil das ist eher unwahrscheinlich, dass sich jemand dieser Formel freiwillig auswendig merkt. Deshalb versuchen wir wieder mit der normalen binomischen Formel das Ganze zu bearbeiten, indem wir den Term einfach ein bisschen zerlegen. Das heißt, wir könnten diesen Term auch wie folgt schreiben. 1 plus h ins Quadrat. Und dann nochmal eine einfache Klammer mit 1 plus h. Dieser Klammer mit der hoch 2 können wir ganz normal mit der binomischen Formel auflösen. Also die 2 nehme ich wieder mit. Ich löse alles in eine große Klammer. Nach der binomischen Formel haben wir dann 1 plus 2h und plus h Quadrat. Und am Ende nochmal 1 plus h. Die Reihenfolge, in der man jetzt vorgeht, ist eigentlich Geschmackssache. Ich würde zuerst die 2 in dieser ersten Klammer reinbringen, mit jedem Term in der Klammer multiplizieren. Die Klammer behalte ich natürlich bei. Dann habe ich 2 plus 4h und plus 2h Quadrat mal die hintere Klammer 1 plus h. Und im letzten Schritt werde ich praktisch diese Klammern ausmultiplizieren. Also jede mit jedem Term. Ich fange mit der 2 an. 2 mal 1 ist natürlich 2. 2 mal h sind 2h. Dann 4h ist an der Reihe. 4h mal 1 ist natürlich 4h. Und 4h mal h sind 4h Quadrat. Dann noch die 2h Quadrat mal 1 sind natürlich 2h Quadrat. Und 2h Quadrat mal h sind 2h hoch 3. So, einen Schritt kann man hier noch wagen. Am besten nach der höchsten Potenz ordnen. Also ganz vorne steht dann 2h hoch 3. Dann 4h Quadrat plus 2h Quadrat ergibt 6h Quadrat. 2h plus 4h sind entsprechend 6h. Und am Ende noch die 2. So, da wir jetzt die einzelnen Teile dieser Formel haben, können wir auch alles einsetzen. Also als erstes dieses f von 1 plus h. Das heißt für uns 2h hoch 3 plus 6h Quadrat plus 6h plus 2. Und minus f von 1, das war natürlich 2. Das Ganze selbstverständlich geteilt durch h. So, die zwei Zweier hinten heben sich wieder gegenseitig auf. Und alle drei Terme oben Zähler beinhalten ein h. Aus diesem Grund können wir diesen h ausklammern. Und in der Klammer bleibt nur noch 2h Quadrat plus 6h plus 6. Und das Ganze wieder geteilt durch h. Jetzt lässt sich dieses h eng kürzen. Und damit haben wir unser Teilergebnis. Also 2h Quadrat plus 6h und plus 6. Am Ende müssen wir jetzt nur noch dieses h gegen 0 laufen lassen. Also für h gegen 0 gilt 2h Quadrat plus 6h plus 6. Läuft gegen. Also wenn wir überall das h mit einer 0 setzen, ist ja klar, dass nur die 6 hinten stehen bleibt. Also unser Ergebnis ist 6. Offiziell können wir das auch noch schreiben als f' von 1 ist gleich 6. Und alternativ am Ende noch die andere Auswertung mit Limes. Und hier ist die dritte Beispielaufgabe. Ähnliche Aufgabenstellung wie bei der ersten 2. Die Stelle ist jetzt x0 gleich 2. Und die neue Funktionsgleichung lautet 3 durch x. Zur Erinnerung, die Differenzen kursieren wieder rechts abgebildet. Also, wir bilden zuerst erneut f von x0. Das heißt, in unserem Fall hier heißt das f von 2. Und das ist dann einfach nur 3 halbe. Dann f von x0 plus h heißt für uns f von 2 plus h. Und das ist natürlich dann 3 durch, wir setzen das x mit diesem 2 plus h. Das Ganze sieht dann so aus. Die gute Nachricht ist, diesen Term muss man nicht mehr vereinfachen, beziehungsweise kann man nicht mehr vereinfachen. Deshalb können wir gleich loslegen und in dieser Differenzenquotient einsetzen. Also, entsprechend haben wir dann 3 durch 2 plus h minus f von x0. Das ist ja 3 halbe. Und das Ganze dann durch h. So, jetzt haben wir ein weiteres Problem hier. Und zwar, wir können diesen Term natürlich noch nicht auswerten, bis wir ihn nicht ein bisschen mehr zusammenfassen. Und die beste Vorgehensweise ist die, erstmal im Zähler die zwei Brüche als ein Bruch zusammenzufassen. Danach, später am Ende, kann man immer noch diesen Doppelbruch dann auflösen. Dafür erweitern wir beide Brüche, sodass wir einen Hauptnenner haben. Das würde bedeuten, den ersten Bruch erweitern wir mit 2. Oben natürlich und unten. Das können wir uns hier in Klammer vorstellen. Und diesen zweiten Bruch erweitern wir mit der Klammer auf der linken Seite. Das bedeutet, oben mal 2 plus h und dann unten im Nenner ebenfalls mal 2 plus h. Mit dieser Taktik, die eigentlich immer funktioniert, habt ihr jetzt bei beiden Brüchen den gleichen Nenner unten. Das heißt, wir haben dann unser großer Bruchstrich. Und oben haben wir dann einmal 3 mal 2, das sind ja 6. Minus. Und dann 3 mal diese Klammer. 3 mal 2 plus h. Unten im Nenner haben wir dann 2 mal 2 plus h. Also, das ist der obere Teil und ganz unten steht natürlich noch Kette durch h. Jetzt wäre es natürlich günstig, wenn man diesen Doppelbruch auflöst. Also, das Ganze kann man sich so vorstellen. Hier steht h durch 1. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich noch in Erinnerung. Das bedeutet, wenn wir das Ganze auflösen, schreiben wir den Zähler unverändert hin. Ich lasse diese Klammer erstmal in Ruhe. Dafür haben wir später immer noch Zeit, um sie aufzulösen. Und das Ganze durch 2 mal 2 plus h. Und jetzt multiplizieren wir mit dem Kehrwert des Nenners. Das ist dann 1 durch h. Gut, was könnten wir hier noch machen? Wir könnten jetzt wirklich versuchen, hier im Zähler diese Klammer aufzulösen und gucken, was passiert. Also, die 6 lassen wir in Ruhe. Dann haben wir hier einmal minus 3 mal 2, sind entsprechend minus 6. Und minus 3 mal h ergibt dann entsprechend minus 3h. Die mal 1 hinten können wir selbstverständlich vernachlässigen. Hier unten haben wir dann einmal 2 mal diese Klammer, 2 plus h. Und noch mal h von dem zweiten Bruch. So, nachdem wir die 6er wegstreichen, die heben sich ja gegenseitig auf, sollte euch auffallen, dass sich dieses h oben in Zähler und das h unter Nenner, weil überall hier Nenner mal steht, sich auch noch wegkürzen. Das bedeutet, unser N-Term sieht dann wie folgt aus, minus 3 durch 2 mal 2 plus h. Natürlich könnte man diese Klammer und den Nenner noch auflösen, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Also, ich lasse es einfach so. Mehr können wir diesen Term eigentlich nicht zusammenfassen. Deshalb geht es jetzt um die Auswertung. Also, wir lassen dieses h wieder gegen 0 laufen. h gegen 0 gilt, dann schreibe ich das erstmal ab. Minus 3 durch 2 mal 2 plus h. Und jetzt setzen wir natürlich für h gedanklich die 0 ein. Also, dann ist das hier weg. Unten bleibt die Nenner nur noch 2 mal 2, das sind 4. Also lautet unser Ergebnis minus 3 Viertel. Das können wir auch so schreiben, f' von 2 oder die Ableitung an der Stelle 2 ist minus 3 Viertel. Und natürlich, vorstehendkeitshalber, nochmal die alternative Auswertung mit Limes. Nach dem Motto, schlimmer geht es immer, es ist schließlich Mathe. Starten wir jetzt mit der vierten und letzten Aufgabe. Also, die Aufgabenstellung bleibt gleich. Die Stelle ist 1 und unsere Funktion lautet 3 Wurzel x. Rechts nochmal zur Erinnerung unser Differenzquotient. Also, wie vorher bilden wir zuerst dieser f von x 0. Das heißt, in diesem Fall einfach f von 1 und entsprechend haben wir dann 3 mal Wurzel 1. Das ist natürlich 3. Dann, f von x 0 plus h. Das bedeutet, f von 1 plus h ist gleich 3 mal. Und jetzt ersetzen wir das x unter der Wurzel mit dieser 1 plus h. So weit, so gut. Diesen Term kann man zu diesem Zustand nicht mehr vereinfachen. Deshalb setzen wir jetzt alles in dieser Formel ein. Entsprechend haben wir dann 3 mal Wurzel 1 plus h minus f von x 0 ist 3. Und das Ganze dann geteilt durch h. Und es ist ja klar, was uns bevorsteht. Wir müssen diesen Term so vereinfachen, dass wir dann am Ende für h eine 0 einsetzen können. Das funktioniert allerdings nur über einen Trick. Mit Hilfe vom Erweitern. Und zwar, man benutzt dafür die dritte binomische Formel. Zur Erinnerung, nochmal rechts abgebildet. Die sagt uns, wenn wir Klammern der Form haben, oder Terme der Form a minus b mal a plus b, kann man das Ganze zusammenfassen als a² minus b². So, jetzt stellt sich nur die Frage, was ist bei uns denn a und b? Na ja, günstig wäre, wenn wir für a diesen ganzen vorderen Term nehmen, also diese 3 mal Wurzel 1 plus h und die hintere 3 als b bezeichnen oder betrachten. Dann können wir uns das hier als eine Klammer, wo a minus b drin steht. Und wir erweitern jetzt im Zähler und im Nenner mit a plus b. Das bedeutet, ich habe dann einmal 3 Wurzel 1 plus h und statt minus kommt jetzt plus 3. Und ja, weil wir erweitern, müssen wir das gleiche natürlich nochmal auch im Nenner schreiben. Also, wir haben dann 3 Wurzel 1 plus h und plus 3. Jetzt, was bringt uns das Ganze? Naja, wenigstens im Obenzähler können wir jetzt die binomische Formel hier anwenden und wir bilden a² minus b². Das heißt für uns, ich benutze jetzt ein paar extra Klammer, damit man die Übersicht hier an dieser Stelle nicht verliert. a² würde heißen 3 Wurzel 1 plus h, alles ins Quadrat. Und minus und dann b² ist einfach nur 3 hoch 2. Und im Nenner lasse ich mehr oder weniger alles in Ruhe. Ich schreibe dann nur die Terme nebeneinander. Wir haben h mal diese Klammer. Da ist im Moment auch nicht notwendig, irgendwas zu machen. Am besten schön abschreiben. Gut. Natürlich versuchen wir jetzt im nächsten Schritt diesen Zähler noch zu vereinfachen. Wir können beim vorderen Term diese Klammer mit der hoch 2 auflösen. Dabei wird jeder Term hier drinnen in der Klammer quadriert. Das bedeutet, die 3 wird hoch 2 genommen. 3 hoch 2 sind 9. Und wenn wir die Wurzel hoch 2 nehmen, verschwindet sie natürlich. Allerdings sind unter der Wurzel zwei Terme, deshalb haben wir noch eine Klammer mit 1 plus h. Und hinten 3 hoch 2 kann man natürlich auch als 9 hinschreiben. Nenner wird wieder unverändert übernommen. Dann haben wir wieder 3, Wurzel, 1 plus h und am Ende noch plus 3. So, im nächsten Schritt werde ich natürlich im Zähler diese Klammer auflösen. Einmal 9 mal 1 und einmal 9 mal h rechnen. Dann haben wir 9 plus 9 h und minus 9 geteilt durch unser Nenner. h mal 3 Wurzel h plus 1 oder 1 plus h spielt keine Rolle und dann noch plus 3. So, im Zähler kürzen sich jetzt die 9 weg oder heben sich gegenseitig auf. Und wenn ihr noch ein bisschen genauer diesen Zähler und diesen Nenner anschaut, sollte euch auffallen, dass ich auch noch das h wegkürze. Also wenn die 9er da weg sind, dann habe ich hier nur noch 9 mal h. Dann darf ich auch diesen und diesen h verkürzen. Und mein Zwischenergebnis lautet dann 9 durch, was auch immer hier noch übrig ist, also 3 Wurzel h plus 1 oder 1 plus h und am Ende noch plus 3. Weiter kann man diesen Term nicht vereinfachen, deshalb versuchen wir jetzt das Ganze auszuwerten mit h gegen 0. Also, wir können auch so schreiben, für h gegen 0 gilt natürlich wieder entsprechend. 9 durch 3 Wurzel 1 plus h und noch plus 3 läuft gegen. Also, wenn wir uns für h eine 0 vorstellen, dann haben wir nur noch Wurzel aus 1 hier, Wurzel aus 1 ist 1. Entsprechend haben wir hier nur noch 3 plus 3. 3 plus 3 sind 6. Also, wir haben ein 9 Sechstel und das kann man ruhig noch mit einer 3 kürzen. Und dann lautet das Ergebnis 3 halbe. Entsprechend können wir dann auch noch hinschreiben, f' von 1 ist gleich 3 halbe. Und zum Schluss auch hier nochmal die Alternativauswertung mit Limes. Am Ende noch ein paar interessante Themen, die mit diesem Thema zusammenhängen. Unter anderem natürlich, wenn ihr Probleme hattet mit diesem Video, die grundlagende H-Methode. Außerdem die X-Methode, weiterführende Ableitungsregel, wie Potenzfaktor und Summeregel, sowie Tangentengleichung aufstellen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.